So, damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video im Modul Externes Rechnungswesen. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Heute geht es um die Bilanzverlängerung. Diese tritt auf, wenn sowohl die Aktiv- als auch die Passivseite einer Bilanz durch Zunahme des Gesamtvermögens und des Gesamtkapitals um den gleichen Betrag erhöht werden. Links habe ich mal so eine Bilanz hier entnommen. Einfach mal Suchmaschine und dann Bilanz eingeben, Bilder anzeigen, dann werdet ihr auf jeden Fall fündig. Dann schnappt euch auch mal eine Bilanz und versucht die auch mal zu verlängern. So, wir haben hier einmal die Aktivseite, hier die Passivseite, eine Bilanz hier zum 31.12. des Geschäftsjahres dargestellt. Wir haben immer die Unterteilung zwischen Anlagevermögen und Umlaufvermögen auf der Aktivseite und Eigenkapital und Fremdkapital auf der Passivseite hier als Schulden dann angegeben. Es gibt noch weitere Unterteilungen, je nachdem welche Bilanz ihr euch anschaut. Diese ist jetzt hier recht übersichtlich. Wir haben im Anlagevermögen Gebäude, Fuhrpark, Geschäftsausstattung, im Umlaufvermögen Warenforderung, Kasse und Bank. Dann haben wir auf der Passivseite das Eigenkapital, das haben wir immer auf der Passivseite gegeben. Und dann haben wir noch Schulden, hier Hypothekenschulden, Darlehenschulden, Verbindlichkeiten. Nochmal kurze Wiederholung zur Bilanz. Die Aktivseite ist nach der Liquidierbarkeit sortiert. Sprich, wie schnell kann ich die einzelnen Positionen zu Geld machen? Wie schnell ist das Geld für mich verfügbar? Ja, das Bankguthaben ist schneller für mich verfügbar als eben der Fuhrpark. Die Autos, die müsste ich dann eben erst durch Verkauf dann verflüssigen. Und rechts haben wir das Ganze nach Fälligkeit bzw. Fristigkeit dann sortiert. Sprich, ja, wann muss ich die Schulden bedienen? Eine Darlehenschuld muss ich zu einem späteren Zeitpunkt bedienen als eine Verbindlichkeit aus Lieferung und Leistung aufgrund eines Zielkaufs. So, das nochmal dazu. Ich habe euch entsprechende Videos auf unserem Channel auch in der Playlist Externes Rechnungswesen hochgeladen. Schaut euch auch mal auf unserer Webseite um, denn dort findet ihr einen Fragenkatalog zu diesem und zu anderen Modulen. Und den Rest packt ihr euch wie immer unterhalb des Videos in die Videobeschreibung hinein. Für Fragen, Kritiken, Anregungen oder eigene Beispiele gerne die Kommentare nutzen. So, wir wollen diese Bilanz hier verlängern. Verlängern würde heißen, ich schnappe mir hier einmal mein Tool, dass hier das Vermögen steigt, auf der linken Seite, auf der Aktivseite. Wir haben hier eine Zunahme. Da Aktiv und Passiv übereinstimmen müssen, müsste auf der Passivseite auch eine Zunahme sein. Das heißt, auf beiden Seiten hätten wir eine Zunahme. Und wir denken uns jetzt einfach mal einen Geschäftsvorfall aus, wo wir eine Zunahme auf beiden Seiten dann hätten. Auf der Aktiv- wie auf der Passivseite. Das ist relativ simpel. Zum Beispiel Aufnahme eines Darlehens bei einer Bank in Höhe von, sagen wir mal, 50.000 Euro. So, und das wäre jetzt ein Beispiel für eine Bilanzverlängerung. Beispiel für eine Bilanzverlängerung. So, total simpel, total easy. Ihr entscheidet euch jetzt Unternehmer oder das Unternehmen, die Geschäftsleitung, wer auch immer. Derjenige, der befugt ist, trifft die Entscheidung und sagt, okay, wir nehmen einen Kredit auf bei einer Bank, weil wir in ein, zwei Monaten eine Investition tätigen wollen. Was auch immer. Das heißt, wir haben zusätzliche Verbindlichkeiten. Wir sehen ja hier, hier ist ja schon eine Darlehensschuld von 245.000 und die vergrößern wir jetzt einfach auf dann 295.000. So, und beim Bankguthaben haben wir auch eine Zunahme um 50.000 und das ist im Prinzip alles. So, und dementsprechend müssen wir die Bilanz jetzt hier verlängern. Das machen wir kurz und einmal. So, deshalb habe ich auch extra nach einer kurzen Bilanz gesucht. Ich hätte natürlich jetzt selber hier noch eine aufstellen können, aber ich hätte mir gedacht, ich arbeite mal mit einer, die ich nicht selbst aufgestellt habe und wir verlängern die einfach mal. Ich denke, dadurch kann man mehr lernen, als wenn man sich die Beträge selbst ausdenkt. So, Anlage, Vermögen und dann hätten wir hier erstens die Gebäude, dann zweitens den Fuhrpark, so, dann drittens die Geschäftsausstattung, abgekürzt BGA. So, dann machen wir hier B einmal hin, das ist unser Umlaufvermögen, immer Anlage und dann Umlaufvermögen. So, hier haben wir dann erstens unsere Waren, unseren Warenbestand, dann einmal die Forderung, Auslieferung und Leistung, müsstet ihr glaube ich so abkürzen oder L plus L auch eine gängige Abkürzung. So, drittens Kasse und viertens dann eben Bank oder Bankguthaben. Das war es dann hier schon auf der Seite, die Beträge schreiben wir gleich hinzu. Wir haben auf der Aktivseite durch die Aufnahme des Darlels jetzt keine neue Position. Es hätte auch sein können, dass wir die Bilanz verlängern, indem wir eine neue Position auf der Aktivseite haben. Das haben wir hier nicht. So, und dann gehen wir direkt einmal rüber und hier dann auch und zwar Eigenkapital. Hier machen wir jetzt keine Differenzierung zwischen Rücklagen oder was gibt es noch? Bezeichnetes Kapital, Jahresfehlbetrag, Überschuss etc. Man kann das ja noch viel weiter aufdröseln. Habe ich unter anderem in der Gewinnermittlung hier auf dem Channel gemacht. So, dann hätten wir einmal Schulden. So, bei den Schulden machen wir hier allerdings eine Differenzierung, und zwar zwischen Bibliotheken. Dann einmal Darlehen. Darlehen sind langfristiger Kredit. In der Regel beim Kreditinstitut, bei einer klassischen Bank. So, und Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung. AVLL, ich weiß jetzt gar nicht, was VLL heißt. Müsste auch Lieferung und Leistung sein. Ich schreibe einfach L plus L Punkt. So, und ja, das packen wir jetzt auch mal so hin. Und dann geht es jetzt einfach nur noch um die Beträge. Okay, und das machen wir direkt einmal. Und zwar Gebäude, da tut sich nichts. 650.000. So, ich spare mir jetzt das Kommata am Ende. Dann haben wir 180.000 Fuhrpark. Dann Betriebsgeschäftsausstattung. Ja, tut sich auch nichts. So, bei den Waren tut sich auch nichts. Die belassen wir auch. Dann hätten wir Forderungen aus Lieferung und Leistung. Da tut sich auch nichts. Ich muss das jetzt hier wieder irgendwie untereinander schreiben. Das sieht ein bisschen besser aus. Bei der Kasse tut sich auch nichts. So, auch immer schön die Zahlen untereinander. Beim Bankgutabend tut sich aber was. Hier packen wir jetzt die 50.000 noch on top drauf. Das heißt, wir kämen hier auf 192.900. So, das passt denn hier soweit. Rechnen wir gleich zusammen. Ich hoffe, ihr habt den Taschenrechner parat. Wobei, wir brauchen eigentlich nur hier 50.000 am Ende draufpacken. So, dann auf der Passivseite beim Eigenkapital. Was tut sich dort? Erstmal nichts. 884.300. So, Hypotheken tut sich auch nichts. Beim Darlehen tut sich aber was. Und zwar haben wir 295.000. Und dann nochmal Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung. 169.300. So, hier muss noch irgendwie ein Läschschritt dazwischen, Absatz. Dann packen wir das hier an die Seite. Und dann sieht das doch gut aus, würde ich sagen. Ja, dann müssen wir natürlich hier unsere Bilanz noch schließen. Ich nehme jetzt aber meinen Taschenrechner. Rechne mir einfach mal aus. Denn auf beiden Seiten müsste jetzt dasselbe herauskommen. So, 650.000 plus die 180.000. Ich weiß, ich brauche jetzt nur 50.000 draufpacken auf die Bilanzsumme rechts. Aber zur Kontrolle machen wir es nochmal kurz so. Plus 124.000 plus 641.000 plus 79.800 plus 5.900 plus 192.900. So, dann haben wir so 1.873.600 Euro. Schreiben wir drunter. Und dann müsste ja auf der rechten Seite das gleiche rauskommen. Das überprüfen wir. Und zwar 884.300 plus 525.000 plus 295.000 plus 169.300. Haben wir exakt dasselbe raus. So, 1,8,7,3,6,0,0. Und ja, damit niemand mehr was hineinschreiben kann in die Bilanz. Machen wir das hier einmal ordnungsgemäß zu. So. Wir wissen, okay, hier ist Ende. So, das sieht auf der anderen Seite noch ein bisschen schöner aus. Aber hier geht es jetzt wirklich nur einmal darum, dass da niemand mehr was hinzutragen kann. Ansonsten macht der Computer das auch für euch. Das macht niemand mehr händisch. Das ist ja einfach nur zum Verständnis hier. So, ja, das war es soweit. Was sehen wir jetzt hier, wenn wir die linke mit der rechten Bilanz vergleichen? Wir sehen, die Bilanzsumme auf der rechten Seite ist höher als die auf der linken Seite. Das heißt, wir haben durch den Geschäftsvorfall, dass wir ein Darlehen bei einer Bank aufgenommen haben und dieses Darlehen eben auf dem Bankkonto auch gut geschrieben bekommen haben, eine Verlängerung der Bilanz. Und im nächsten Video schauen wir uns das Ganze mal an, wie das aussieht mit einer Bilanzverkürzung. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und bye.